Ja, mit dem Ergebnis sind wir natürlich zufrieden, haben mit dem Spielverlauf, denke ich, können wir ganz und gar nicht zufrieden sein. Wir haben es versäumt, nach dem, denke ich, guten dritten Viertel das Spiel souverän zu beenden und ich denke, gegen eine bessere Mannschaft hätten wir das Spiel heute wahrscheinlich verloren. Ja, die Phasen, in denen wir gut gespielt haben, die müssen einfach länger werden und möglichst 40 Minuten lang. Wir müssen konsequenter verteidigen über lange Strecken, das, was wir im letzten Viertel vermisst haben. Und dann schlagen wir so einen Gegner auch deutlich an. Der zweite Sieg jetzt hier gegen Braunschweig, denke ich, sollte uns noch kein Anlass zum Feiern geben. Wir haben uns hohe Ziele gesetzt diese Saison und haben am Mittwoch schon das nächste Spiel. Von daher, denke ich, sollten wir die Knochen hochlegen und entspannen. Was haben wir mit dem Ergebnis? Ich bin mit dem Ergebnis. Ich bin mit dem Ergebnis. Ich glaube, wir alle wissen, dass wir als Team, wir können das Spiel ein bisschen besser werden können. Aber ich bin glücklich, dass wir von unseren Mistaken haben, nach einem Winn und nach einem Loss. Was haben wir mit dem Ergebnis? Just execution. Just doing the little things. Just getting the offensive boards and just finishing those plays. And just staying locked in on the game. I mean, it's a growing process and I'm just glad we got it with the win. What is the next schedule for? I'm going to go outside and just get some food, man. I'm going to go to the next one for me. I'll play again on Wednesday, so just going to relax. Enjoy this one for tonight and get ready for the next one. Nein, ganz und gar nicht. Wir haben zwar gewonnen, das ist wichtig, aber wie wir das gespielt haben heute, das war überhaupt nicht gut. Auch wenn wir 14 vorne waren und wir haben schon was darum gebittet, dass wir das wieder verlieren. Also das war nicht gut heute. Ja, wir müssen besser extrecuten, wir müssen unsere Playstore durchlaufen, wir müssen das wirkt manchmal sehr kopflos, einfach rein in die Zone und irgendeine Optionen finden, aber da müssen wir ein bisschen strukturierter spielen und das muss auf jeden Fall besser werden. Die haben schon, ich finde, die haben schon offensichtlich gespielt, aber da gibt es noch andere Kaliber, die da kommen. Und wenn wir da keinen guten Job machen, dann werden wir aus der Halle geschossen. Wir müssen auch nicht nur in der Offensive, auch in der Defense, der Anfang war auch wieder ziemlich larifaria, drei Dunkings, glaube ich, haben sie gehabt am Anfang. Das darf eigentlich passieren und da müssen wir uns besser konzentrieren und besser anfangen. Ja. Ja. Ja.